Das muss man uns auf jeden Fall merken. Ich wollte hier noch einen Robo-Part hinsetzen. Ich werde hier noch einen Robo-Part hinsetzen. Ich werde hier noch einen Robo-Part hinsetzen. Ich werde hier noch einen Robo-Part hinsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das mach ich noch kurz weg Das hat mich gerade ein bisschen gestört Wenn du Artillerie mit Munition nennst, oder was? Wie ist das denn? Wie kann das denn passieren? Mal kurz vorbeigehen, nicht dass da irgendwas im Argen ist Was? Wie ist das denn? Jetzt haben wir da, das ist die, okay Dann ist ja alles gut So, ich geh nochmal ganz kurz auf die Toilette, noch ein Kaffee A balla o pause Inklusive Flammenwerfung Oho, die muss los Dass ich quasi diesmal die Flammenwerfer nicht in Line baue, sondern Anders Und dass die direkt mitgebaut werden Anders, anders Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll Ich wollte mir irgendwas geholt haben Schnappt die Munition, aber das reicht auf jeden Fall Ja, das war schön da ist auf jeden fall noch genug alles da so ich habe ja auch nichts mehr rumstehen irgendwie jetzt gleich noch zu die die verteidigung brauche ich habe alles abgerissen 141 ich habe alles abgerissen ich habe alles abgerissen wenn ich hier mit meinem auto durchbretter ich fahre immer irgendwo gehen ich habe alles abgerissen ja aber dann bräuchte ich noch so ein S-Buskelett so wo fangen wir diesmal an mit der Mauer ich würde sagen wir gehen hier und dann nach oben so dann nehmen wir ja das hier ich baue das jetzt erstmal kurz hier so so wie kriege ich das denn schön gebaut wie kriege ich das denn schön gebaut so 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 ist das so effektiver sinnvoller so 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 jetzt jetzt muss ich einfach basteln so 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 der strom nicht passt so 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 einfach noch einen hin und jetzt passt es auch so und so passt es auch so dann scheiße auf das Holz so so dann gehen wir jetzt mal Projekt Mauer 2 rein in die Müserie Miserie ... ... ... ... ... ... ... Amen. So, wo müssen wir hin? Ungefähr hier, ne? Das ist ja nur geradeaus. Ich habe keine Plots. Kann doch nicht wahr sein, dass ich hier nie Platz habe. Ich habe keine Plots. Ich habe keine Plots. So, und von der Theorie her. Starten wir hier. Nur, dass ich den Strom vergessen habe. So, dass ich den Strom benutze. ja komm steigt ein ladet euch auf braucht er einfach vier jahre um einzusteigen ohne theorie halt müsste das doch funktionieren oder nicht also wo hänge ich denn hier fest man 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 ich Könnte ein bisschen zufrieden sein. Könnte viel Flammenwerfer sein für den Weg. Das ist ganz schön nah an dem Scheiß Nest hier dran. Könnte ein bisschen zufrieden sein. 3, 2, 1, sterben. 1, 2, 3, 2, 1. Ich muss die Mauer dazu machen. und Gunstein. Ich habe Glück, dass ich so viele Bots dabei habe. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einfach mal weiter ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt muss der Laser jetzt richten Ja, ich weiß, innerhalb der Mauer nicht schießen ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020